Herzlich willkommen zu unserem Tutorial für unsere 30 rot-blauen Reboot-Steckwürfel. Die Würfel aus unserem umweltfreundlichen Material Reboot besitzen alle die exakte Kantenlänge 2 cm und sind zu allen sechs Seiten miteinander steck- und kombinierbar. Sogar zueinander versetzt sind sie steckbar, was absolut einzigartig für rundherum steckbare Würfel ist. Die zwei Farben der einzelnen Würfel regen die Fantasie der Kinder an und erleichtern das Zählen. Die Reboot-Steckwürfel sind auf vielen Themengebieten der Grundschulmathematik einsetzbar und nicht wegzudenken. Mit den Steckwürfeln lernen ihre Kinder einfache Rechenoperationen durchzuführen, Mengen zu erfassen, Figuren und Formen zu konstruieren, logische Reihen zu bilden, Distanzen abzumessen und den Zähneübergang im Dezimalsystem zu üben. Die Steckwürfel üben auf ihre Kinder eine magische Anziehungskraft aus, denn sie haben einen hohen Impulscharakter. Liegen Steckwürfel aus, dauert es meist nicht lange, bis die ersten Kinder anfangen, Figuren zu bauen und Formen zu legen. Das Zusammenstecken der Würfel fördert zudem spielerisch die Feinmotorik, das Konzentrationsvermögen und regt allgemein die Kreativität an. Je 30 Würfel im praktischen, platzsparenden und umweltschonenden Karton in zwei Farben. Mit Rot und Blau kann besonders gut gerechnet, geordnet, reingebildet, addiert und subtrahiert werden. Lernt man nicht am besten, ohne es zu merken? Untertitelung im Auftrag des WDR